Floh im Ohr. Floh im Ohr. Floh im Ohr. Floh im Ohr. Ein Floh starkes Hallo. Heute ziehen wir die Gewinner unseres 300er Abonnenten Specials und wir haben noch einen Grund mehr zu feiern, denn mittlerweile haben wir die 400 geknackt. Wir haben euch ja gefragt, was ist euer Lieblingsinstrument? Und ihr habt geantwortet Oboe, Saxophon, Klavier, Querflöte, Violine, Cello, Gitarre und Schlagzeug. Also mein Lieblingsinstrument ist das Schlagzeug. Und warum bist du nicht gerade an der Kamera? Die läuft da von alleine. Achso. Ja und meins ist natürlich das Klavier. Aber ehrlich gesagt, würde ich gerne viel mehr Instrumente spielen können, denn ich finde, jedes einzelne Instrument hat seinen ganz eigenen Klangscharm. Findet ihr nicht auch? So, jetzt geht's aber los. Ich habe für jeden, der einen Kommentar unter meinem Video geschrieben hat, ein Los erstellt. Und jeder Einzelne kommt jetzt in meine Losbox. Als erstes ziehen wir den Gewinner oder die Gewinnerin meines Tastenabenteuers. Viel Glück! Ich habe einen gefunden. Es ist Nicole Knorr! Ich gratuliere dir ganz herzlich! Und jetzt die zweite Ziehung. Wer wird der Gewinner oder die Gewinnerin meines Streicher-Abenteuers? Na? Na? Guck auch nicht hin. Spannung! Es ist Falko! Herzlichen Glückwunsch, Falko! Und weil wir ja heute auch die 400 Abonnenten feiern, legen wir euch sogar noch ein floh-starkes Postkarten-Set dazu. Wir sagen viel Spaß mit unserem Flo und natürlich freuen wir uns wieder über Likes, Kommentare und Teilen unseres Kanals. Und in Kürze geht es ja auch musikalisch weiter. Seid gespannt! Und nicht vergessen! Ach ja! Ein Floh-Lohr lauert überall! Tschüss! Schenke unserem Flo dein Abo! Das wäre absolut floh-stark!